Die Kinder werden geboren. Sie wollen lernen. Sie wollen immer lernen. Jedes Kind will lernen. Und das gilt es einfach beizubehalten. Und das kann man von ganz klein, vom Kindergarten bis hoch ins Gymnasium. MIS to me is all about community. It's about curiosity. And I think also it's about the future as well. Providing children an understanding of the world they will be in and the tools that they need to succeed inside. Okay, so we've got a few more people who think it's the same. Let's have a look. We'll go over here and... MIS is for the school but it's also like a home for me because I was here a long time already and I am here about seven hours a day. MIS is for me international, a community, a good atmosphere and a very nice teacher. MIS is for me my life. The teachers are very supportive towards the students and there's a mutual respect between the two. And it's kind of a team effort to get the students to get the highest grades possible. Wir haben ein Ziel. Wir wollen einfach, dass die Kinder lernen und dass sie das Spaß machen, dass wir sie voranbringen und ihnen zeigen, was sie alles können. Und sie können so viel. Das ist unglaublich, was sie alles lernen. Faszinierend. Wir unterrichten die Kinder in zwei Sprachen. Das ist ganz wichtig. Wir machen die totale Immersion, also die echte Immersion, das Sprachbad. Unsere Kinder haben, also alle Kinder, Deutsch auf Deutsch und Englisch auf Englisch, Mathematik auf Englisch. Und in der Grundschule einmal die Woche auch bilingual. How many more purple do we have than orange? Two. Okay. Jawohl, aber den musst du schon mit eindeutig da reinnehmen. Twenty-eight, then you need to take small help. Genau. Good. How many orange and brown fruit lobs do you have a lot? Da ist keine braun, also kannst du dir hier eine Farbe aussuchen. Also ich empfehle das vor allem Leuten, die ihre Kinder auf einem internationalen Niveau sehen wollen. Also die einfach eine Gleichwertigkeit zwischen den Sprachen anstreben, eine Sprache möglichst natürlich zu lernen, das heißt ohne Scheu. As a school we try to support now, but we also try to support the children in their futures, giving them a passport for their learning. We try to combine both the German state and the Cambridge international examinations so that the children have as many opportunities as they can. We try to support the child as a whole. Qualifications are a large part of a child's future, but also they need to be able to interact with the world, to become global citizens. Unsere Kinder lernen die Schönheiten der anderen Länder, der anderen Kulturen kennen. Und was man kennt, das schätzt man. Die Vision unserer Schule ist, dass wir glückliche Kinder haben, weil nur dann sie wirklich lernen können. Und das Potenzial, das man aus Kindern rausholen kann, die glücklich sind, ist unglaublich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020